Ja, hallo alle zusammen. Heute mal ein bisschen anderes Video, denn ich sage ja manchmal wie geil und wie toll Alves ist, aber ja, es kommt ja nur von mir. Teilweise erleben aber auch die Mitspieler Dinge, die einfach sehr, sehr geil sind und den Gefühl darüber bringen für dieses ganze Projekt. Und deswegen möchte ich euch einfach mal hier Beispiele bringen der besten Erlebnisse auch der Mitspieler auf der Map. Und ja, ich hoffe, das gibt ein bisschen den Eindruck wieder, was so ein Projekt in der Summe auch mitmacht und ausmacht, auch bei den Mitspielern. In dem Sinne, viel Spaß! Musik 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 Musik